Klausurvorbereitung Psychologie Zusammenhang zwischen der allgemeinen Psychologie und anderen Teilgebieten des Fachs. Da haben wir die Fachdisziplinen wie allgemeine soziale Entwicklungs- und Persönlichkeitsfachdisziplinen und die Gegenstandsgebiete wie Wahrnehmung, Denken, Lernen, Emotion und Motivation und Verhalten. Allgemein und Denken zusammen, Aufbau des Gedächtnisses. Emotion und Persönlichkeit, wie schnell fange ich an zu drehen. Verhalten und Entwicklung, Mobiltelefonnutzung. Lernen und Persönlichkeit, ruhige Umgebung, eigene Abschottung trotz Lärm. Lernen und Entwicklung, Kinder lernen anders als Erwachsene. Grundmodell der Verhaltenserklärung nach Neutingen und Paulus. Da haben wir die Zeit, die Personen mit der Entwicklung und der Persönlichkeit und den Dispositionen, die aktuellen Prozesse wie Verhalten und innere Prozesse und der Kontext, die Situation und die interpersonalen Bezüge. Das Verhalten setzt sich aus drei Bereichen zusammen, der Person, dem Kontext, dem aktuellen Prozess. Der Kontext setzt sich zusammen aus der Situation und den interpersonalen Bezügen. Die Situation beeinflusst das Verhalten und die inneren Prozesse im aktuellen Prozess, welche die interpersonalen Bezüge beeinflussen. Das Verhalten und innere Prozesse werden durch die Persönlichkeit des Individuums beeinflusst und die Persönlichkeit wird aus der Vergangenheit durch die Entwicklung geprägt. Beispiel Prüfungsangst Situation Eine Modulabschlussprüfung muss geschrieben werden. Interpersonale Bezüge Der Freund macht Druck, dass sie das Studium erfolgreich abschließen soll. Verhalten Die Studentin lernt nach Wochenplaneinteilung. Entwicklung Die Studentin strebt nach einem besseren, selbstbestimmten Leben. Persönlichkeit Persönlichkeit Studentin macht sich selbst Druck wegen Perfektionismus. Entwicklung ist schon einmal durchgefallen und hat Angst. Forschungsmethoden Forschungsmethoden Da haben wir die Aktivität des Forschers wie Introspektion, Befragung und Beobachtung, den Ort mit dem Labor und Feld und die Strategie unsystematisch und systematisch. Aktivität des Forschenden Introspektion Am Schreibtisch nachdenken, eigenständige Methode der Erkenntnisgewinnung, Befragung von anderen Personen per Fragebögen, Beobachtung, das Experiment. Ort der Forschung Labor Streng kontrollierte Bedingungen Feld außerhalb geschlossener Räumlichkeiten immer dann, wenn es viele nicht selbst herstellbare Einflussfaktoren gibt. Strategie Unsystematisch Unvorbereitete Forschung durch unverhersehbare Ereignisse nebenbei Systematisch, wo ich etwas genau erforschen will Grundsätze des Experimentierens Willkürlichkeit Herstellbarkeit unter festgelegten Bedingungen Planmäßigkeit Kontrollierbarkeit Die Bedingungen für ein Experiment werden festgelegt Variierbarkeit Veränderbarkeit der unabhängigen Variablen Man variiert die abhängige Variable und sieht, was bei der unabhängigen herauskommt. Wiederholbarkeit Replikation durch andere Forscher zur Überprüfung der erzielten Effekte Anerkennung durch die Möglichkeit der Replikation Kognitive Entwicklung nach Piaget Die Entwicklung des Denkens Vier Hauptstadien Sensomotorisches Stadium bis ca. zwei Jahre Am Anfang gibt es noch kein Denken im Erwachsenensinne, sondern angeborene Reflexe bestimmen Sein Handeln Zirkulareaktionen dienen dazu, Objekte in Zukunft unterscheiden zu können Präoperationales Stadium bis ca. zwei bis sieben Jahre Erste Begriffe werden ausgebildet Kein komplexes Denken Sehr egozentrisches Stadium, weil das Hineindenken in andere nicht möglich ist Das Denken ist auf eine Dimension reduziert Konkret operationales Stadium ca. sieben bis elf Jahre Die Prozesse beginnen, um Kulturtechniken zu erlernen und zu trainieren Formalogisches Stadium ab ca. elf Jahre Welt mit eigenen und anderen Augen wahrnehmen In andere Personen hineinversetzen Komplexes Denken Entwicklungsstadien nach Ericsson Oral 0 bis 1 Jahr Anal 2 bis 3 Jahre Infantilgenital 4 bis 5 Jahre Latenz 6 bis 12 Jahre Adoleszenz 3 bis 18 Jahre Genitalität 9 bis 25 Jahre Generativität 45 bis 40 Jahre Integrität ab 41 Jahre Psychosoziale Konflikte nach Ericsson Urvertrauen vs. Urmisstrauen Autonomie vs. Scham und Zweifel Initiative vs. Schuldgefühl Fleiß vs. Minderwertigkeit Identität vs. Rollendiffusion Intimität vs. Isolierung Generativität vs. Stagnation Ich-Integrität vs. Verzweiflung Jeder durchläuft diese Phasen und hat daraus ein Ergebnis Links die positiven Ergebnisse und rechts die negativen Ergebnisse Wenn die psychosozialen Konflikte immer positiv sind, haben wir mehr Ressourcen für schwierige Phasen Bei immer negativen Ergebnissen wird es im Erwachsenenalter sehr schwierig Das Modell ist ausbaufähig, weil nach 41 Jahren noch mehr passiert Teilgebiete der allgemeinen Psychologie Lernen, Wahrnehmung, Denken, Motivation, Emotion Lernpsychologie Definition Lernen ist jede relativ überdauernde Veränderung des Erlebens und Verhaltens Die durch Erfahrung entsteht und nicht auf Reifung oder temporäre Zustände zurückgeführt werden kann Reifungsvorgänge wie nach Piaget sind keine Lernvorgänge, nichts Zufallgesteuertes Lernen durch Werbung, unbewusstes Lernen, Assoziationen durch Gefühle, Musik und andere Dinge Die Werbepsychologie, Marktpsychologie steuert uns, um uns etwas zu erlernen Arten des Lernens Verknüpfendes Lernen Klassisches Konditionieren Operantes Konditionieren Lernen am Modell Strukturierendes Lernen Problemlösen Wurde an Tieren erforscht Klassisches Konditionieren nach Pavlo Prinzip der bedingten Reaktion, auch Signalian genannt Unconditioned Stimulus UCS Führt zu Unconditioned Response UCR Conditioned Stimulus CS Führt zu Conditioned Response CR Ausgehend von angeborenen Reflexen übernimmt CS eine Signalfunktion Unter anderem werden unwillkürliche emotionale Reaktionen dadurch erlernt Der unkonditionierte Stimulus ist die Futtergabe und UCR ist der Speichel Jetzt kommt ein konditionierter Stimulus, die Glocke und der CR, der Speichelfluss, erfolgt Die konditionierte Reaktion erfolgt beim Erlernen des Signals Unsere emotionalen Reaktionen werden häufig klassisch konditioniert, wie zum Beispiel Phobien Das Benutzen eines Aufzugs, weil die Angst besteht, eingeschlossen zu werden Klaustrophobie Die Person muss nie eingeschlossen gewesen sein, nur die Tatsache, dass ein Aufzug da ist, löst die Phobie aus Wenn die konditionierte Bedingung geschaltet ist, kann dies wieder rückkonditioniert werden Eine Verbindung wird gelöscht und man verliert die Phobie Operantes Konditionieren nach Skinner Vierfelder Schema der Verstärkung Positive und negative Verstärker, sowie die Darbietung und der Entzug diese Positive Verstärkung als positive Darbietung Und Entzug positiv als Bestrafung Typ C plus durchgestrichen Negative Verstärker, die Darbietung ist die Bestrafung Typ C minus Und der Entzug ist die negative Verstärkung Beispiel Laborratten, die Skinnerbox In der Box gibt es einen Hebel für die Futtergabe, die von hungrigen Ratten so lange genutzt wird, bis diese nicht mehr hungrig sind Es gibt positive und negative Verstärker Positive Verstärkung ist empfehlenswert, etwas Positives im Nachhinein darbieten Dies kann man auch wegnehmen, C plus durchgestrichen, wenn man etwas nicht so tut, wie man sollte, wie das Lieblingsspielzeug entzogen Negative Verstärker, etwas Negatives wird hinzugefügt, die Ohrfeige als Bestrafung Negative Verstärkung, der negative Verstärker wird weggenommen Gewünschtes Verhalten wird gezeigt und unbeliebte Tätigkeiten, Dinge werden entzogen Alle vier Typen sind unabhängig voneinander Dann gibt es noch Begriffe wie Shaping, schrittweise an ein gewünschtes Verhalten annähern, wie Dressur bei Tieren Extinction, Löschung bei Annäherung des gewollten Verhaltens jedes Mal belohnen Discrimination, unterscheiden können, wann man so wie gewollt reagieren soll Generalisation, man möchte bei ähnlichem Verhalten deswegen und diese werden verstärkt Kontingenz, Abfolge vom Verhalten und Verstärkern Jedes gewünschte Verhalten verstärken, bis dies erlärmt wurde und dann nur noch ab und zu belohnen Skinnerbox S minus R bis C plus ohne plus Es kommt darauf an, was nach R kommt Lernen am Modell Alle Veränderungen durch Beobachtung, Aneignung und Ausführung werden unterschieden Modell Eigenschaften Attraktiv, zugewandt, lässt Regeln erkennen, wiederholt, Informationsredundanz Eigenschaften des Lernenden Aufmerksam, frei von Angst Das Modell ist attraktiv für die Person, die etwas lernen soll und die Person muss frei von Angst sein Dann lernt die Person, Beispiel Rocky und der Schaumstoffhammer Die Zeit zwischen Lernen und Ausführen kann lang sein, wenn es zeitnah ist Ist es besser, aber es kann auch durch die hohe Attraktivität eine lange Zeitspanne dazwischen liegen Wichtig, das Modell muss für die Zielgruppe in irgendeiner Art attraktiv sein Kognitives Lernen nach Köhler Prozess des ganzheitlichen Umstrukturierens Objektive Merkmale einsichtigen Problemlösens Erste Phase des Innerhaltens nach erfolglosem Probieren Zweite abrupte Verhaltensänderung Drittens geschlossener Handlungsablauf Viertens kein Rückfall im Blindes Probieren Fünftens Vorkommen guter Fehler Sechstens Transferierbarkeit Die Affen In dem Käfig waren an der Decke Bananenaufgängen und die Affen sind zu den Bananen hochgesprungen Diese waren zu hoch und konnten die Bananen durch Springen nicht erreichen In dem Käfig waren Boxen und Stöcke Diese wurden bei 100 benutzt, um die Bananen zu erreichen Beim ersten Versuch hat es oft nicht funktioniert, aber nach mehreren Versuchen hat der Affe es geschafft, Kisten so zu stapeln, dass diese stabil wurden zum Draufsteigen Auch die Bambustäbe wurden so zusammengesteckt, dass die Stäbe lang genug waren, um die Bananen von der Decke zu schlagen Köhler behauptet, dass eine eigenständige Lernart kognitives Lernen ist Wenn das Prinzip erkannt wird bei dem Problemlösen, dann kommt es zu einem geschlossenen Handlungsablauf Man muss die Kisten stapeln, um ans Futter zu kommen Dies funktionierte erst nach ein paar Mal Versuchen bis zur Perfektion durch gute Fehler Einmal ein Prinzip erkannt, dann überträgt man diese auf neue ähnliche Probleme, das ist die Transferierbarkeit Bedürfnispyramide nach Maslow Es gibt Wachtstumsbedürfnisse wie die Selbstverwirklichung Und Defizitbedürfnisse wie Wertschätzung, soziale Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und physiologische Bedürfnisse Das ist ein Modell, was verschiedene Bedürfnisstufen aufeinander aufbaut Sicherheit wie Leib und Leben Sozial mit anderen zusammen sein Wertschätzung, wir sind für andere wichtig Selbstverwirklichung, das zu erreichen, was uns im Leben wichtig ist Die vier unteren Stufen sind jedem für uns zugänglich Es gibt Personen, die schaffen es sich selbst zu verwirklichen Es ist eher ein Ideal Wenn die eine Stufe befriedigt ist, dann wird die nächste Stufe am besten Leistungsmotivation nach Heckhausen Es gibt die Ausgangssituation Dann der kognitive Zwischenprozess, die Motivierung Daran kommt die Handlung mit den kognitiven Zwischenprozessen, die Selbstbewertung Und als letztes die Folgen Ausgangssituation, Motivierung und dann daraus eine Handlung Gezeigtes Verhalten Anschließend kommt eine Selbstbewertung mit daraus resultierenden Folgen Welche zurück auf die Ausgangssituation lenkt Diese Folgen beeinflussen das nächste Verhalten Hoffnung auf Erfolg ist gut Anstrengend, um etwas zu bestehen Angst vor dem Scheitern ist nicht gut Das Driste ist ein Verstärker, die Bekräftigung Selbstbestärkung ist besser als Fremdbestärkung, weil diese unabhängig ist Die Selbstbewertung ist ebenfalls wichtig für die zukünftige Motivation Wichtig ist der Gütestandard Die Ursachenzuschreibung ist ebenfalls wichtig Kognitiver Zwischenprozess vor und nach der Handlung Was geschieht davor und danach? Bei der Bewertung spielt der Gütestandard eine Rolle Der Kursalzusammenhang spielt auch eine Rolle Steht auf der nächsten Folie Motivierung ist dann Fähigkeitsniveau verbunden mit der Hoffnung auf Erfolg und der Furcht vor Misserfolg Der Erwartung zukünftiger Selbstfremdbekräftigung Die Selbstbewertung ist mit der Ursachenzuschreibung verbunden Ursachenzuschreibung nach Weiner Kontrolle internal und external Zeitlich stabil und instabil Stabil internal, Fähigkeit Stabil external, Schwierigkeit Instabil internal, Anstrengung Instabil external, Glück Sie haben die Klausur geschrieben und nicht bestanden Es könnte intern stabil an Ihren Fähigkeiten liegen Es könnte external variabel an meinem Glück liegen Die eher motivierenden sind die internalen, weil diese beeinflussbar sind Die externalen sind nicht bzw. schlechter beeinflussbar Selbstmotivierung nach Preiser Ziel und Aufgaben präzisieren Problemstellung analysieren und strukturieren Umfangreiche Aufgaben in Teilschritte zerlegen Realistischen Zeitplan erstellen Mögliche Schwierigkeiten, Hindernisse einbeziehen Anreize für Erfolg schaffen Auch Teilerfolge anerkennen Schriftlichen Vertrag mit sich selbst schließen Andere über sein Vorhaben informieren Andere um Unterstützung bitten Lerntheorie zum sinnvoll-rezeptiven Lernen nach Ausubel Logisch bedeutungshaltiges Lehrmaterial mit Anknüpfungspunkten verfügbar Mündet in potenziell sinnvolle Ausgangssituationen Potenziell sinnvolle Ausgangssituationen und eine sinnvolle Lerneinstellung führen zum sinnvollen Lernen Man braucht Inhalt, den man vermitteln will und es müssen Anknüpfungspunkte bestehen Die Ausgangssituation muss mit Motivation einer sinnvollen Lernsituation verknüpft werden Rezeptives Lernen Frontalunterricht Vorteile zeitlich sehr effektiv, gut steuerbar Man gibt Dinge vor und man muss gut motivieren Vor- und Nachteile des sinnvoll-rezeptiven Lernens nach Lee & Anderson Vorteile wie korrekte Erklärungen werden vorgestellt Lernmaterial wird erläutert Kritische Punkte werden hervorgehoben Verfügbare Zeit wird effektiv genutzt An das Arbeitsgedächtnis werden geringe Anforderungen gestellt Nachteile Lösungsmethoden werden unzureichend gelernt Zum Weiterlernen wird nicht ermuntert Lernende überprüfen ihre Erfolge nicht selbstständig Verbales Lernen dominiert Lernende setzen sich weniger mit den Inhalten auseinander Lehrtheorie zum entdeckenden Lernen nach Bruna Kumulativer Konstruktivismus Fakten so anordnen und transformieren dass man über diese hinaus zu neuen Einsichten kommt Ziel selbstständiges Problem lösen Voraussetzung Schüler sind bereit Verantwortung zu übernehmen Klare Formulierungen der Aufgabe Relevante Hilfsmittel zur Verfügung stellen Ausreichend Zeit einplanen Hilfestellung bei Bedarf Vergleich der Methode des rezeptiven Lernens mit dem entdeckenden Lernen Das eine hat eine gute Struktur und wenig Zeit Mehr Personen werden angesprochen Das andere hat eher den Transfer im Vordergrund Weniger von der Lernperson abhängig The Big Five nach Kostam und McRae Extraversion Nach außen gerichtet sein Neurotizismus Gegenbau zu emotionaler Stabilität Bei niedrigem Wert emotionale Stabilität Bei hohem Wert emotionale Instabilität Verträglichkeit Verträglichkeit Sozialverhalten Gewissenhaftigkeit Selbstorganisation Offenheit für Erfahrung Intelligenz Jeder dieser fünf Faktoren soll keine Bezüge haben Beschreiben Die Persönlichkeit Diagnostik nach Rollet Definition Theoriegeleitetes Datengewinnung und Reduktion im Rahmen eines gewichteten Entscheidungsverfahrens Eine sehr wichtige Methode zur Erkenntnisgewinnung Ziele der Diagnostik Systematische Darstellung Herstellung von Vergleichbarkeit Bildung prognostischer Hypothesen Das wird sich in der Zukunft verändern Diagnostische Methoden und Themenbereiche Selbstfremdbeobachtung Quantitativ Qualitativ Mündlich Schriftlich EDV-basiert Heutzutage Online-Befragung Einstellung Interesse Fähigkeit Leistung Persönlichkeit Entwicklung Schule Beruf Klinisch Therapeutisch Diagnostische Risiken Soziale Erwünschtheit Bahnum-Effekt Man nimmt allgemeingültige Aussagen und kombiniert im Gutachten so, dass die Personen sich im Gutachten wiedererkennen, wie Horoskope und Floskeln Stigmatisierung trifft auf, wenn eine Diagnose mit drastischem Ergebnis vorkommt und nicht konstruktiv ankommt Sollte immer vermieden werden Sich selbst erfüllende Prophezeiung Der Test Ein Test ist eine standardisierte Verhaltensstichprobe Testgüte Kriterien wie die Objektivität Intersubjektive Üben bei Einstimmung Durchführung, Auswertung und Interpretation müssen unabhängig vom Versuchsleiter sein Reliabilität Zuverlässigkeit Der Test misst das, was er misst genau Validität Gültigkeit Der Test misst das, was er messen soll Kurze Zusammenfassung Klassische Konditionierung Speichelbilder Unkonditioniert beim Sehen der Wurst Beim Zeigen der Wurst wird eine Klinge betätigt Zuletzt wird nur noch die Klinge betätigt und der Hund bildet Speichel Operantes Konditionieren Das erwünschte Verhalten ist das Laufen an lockerer Leine Das unerwünschte Verhalten ist das Ziehen an der Leine Eine positive Bestärkung ist das Zufügen von Leckerli Eine negative Strafe Einen negativen Reiz Ich bleibe beim Ziehen stehen Positive Strafe Aversiven Reiz hinzufügen Der Hund zieht an der Leine und ich ziehe an der Leine und bleibe stehen Das Hinzufügen des Leinenrucks Eine negative Bestärkung Das Leinenziehen wird weggenommen Operantes Konditionieren wird bei dem Belohnungssystem genutzt Das klassische Konditionieren wird bei Reizen eingesetzt Lernen und Aufbau des Gehirns Wir speichern in Kategorien ab Auch genannt Attribute Im Gehirn stehen verschiedene Zentren in Verbindung Definition von Motivation Motivation ist von einer Menge an Facetten abhängig Motivation ist auf ein Ziel gerichtet Motivation ist von Eckpfeilern abhängig Was darf ich, was will ich und was kann ich Big Five Persönlichkeitsmodell Extraversion und Intraversion Das bedeutet, es gibt kein Entweder-Oder Die Eigenschaften sind veränderbar, allerdings nur in einem gewissen Rahmen Grundzüge des Experimentierens Ein Flairt Der kluge Hans Der Besitzer war Mathematiklehrer Er hat sich gewundert, weil das Pferd rechnen konnte Durch Zeigen von Tafeln mit Rechenaufgaben hat dieses mit der Hufe geantwortet Das Experimentieren Die drei Bestimmungsstücke des Experimentierens sind Willkürlichkeit, Herstellbarkeit und festgelegte Bedingungen Wiederholbarkeit und Variierbarkeit Die Dokumentation der einzelnen Ergebnisse sind so zugeordnet, dass man diese verstehen kann Bei der Reproduktion des Experiments kam heraus, dass Hans nur Signale Seines Besitzers sehr gut deuten konnte Allgemeine Psychologie Was das Hirn alles kann Textlese mit verdrehten Buchstaben Bewegende Bilder, obwohl diese starr sind Wie die Umwelt von jedem anders wahrgenommen wird Rezeptives Lernen und Entdeckendes Lernen Anwendungsbeispiele von Trall und Entdeckend Das war's, Dankeschön Das war's, Dankeschön